Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast Ja, ich freue mich, heute hier Lisa Eckert im Tonstudio des Buchfunkverlages in Leipzig begrüßen zu dürfen. Wir haben hier vor etwa einem halben Jahr gemeinsam ihr Hörbuch aufgenommen zu ihrem ersten Roman, Oh Mama. Inzwischen sind Buch und Hörbuch erschienen. Lisa hat Lesungen gemacht, gestern unter anderem im Literaturhaus Leipzig und ich würde dich als allererstes gerne fragen wollen, wie ist es gestern gelaufen und wie ist es dir überhaupt mit dem Erscheinen vom Buch und vom Hörbuch in den letzten Wochen und Monaten ergangen? Ich muss sagen, wenn das Buch, wenn der letzte Satz geschrieben ist, ist das für mich ein bisschen abgeschlossen. Dann bin ich in Gedanken wieder schon sehr beim Nächsten, deswegen habe ich das gar nicht sonderlich mitverfolgt, weil eigentlich, mir haben es schon manche gesagt, dann kommt das Buch erst auf die Welt, wenn es erschienen ist. Für mich ist es da schon längst ausgezogen eigentlich von zu Hause. Jetzt habe ich aber noch ein kleines Revival erlebt, das immer durch diese Lesungen und das genieße ich schon sehr, weil eigentlich war es ja gedacht, dieses Buch zu schreiben, damit weder das Publikum noch ich, dass wir nicht mehr das Haus verlassen müssen, sondern einander begegnen und das auch getrost nackt in unseren Betten tun können, ich beim Schreiben und sie beim Lesen. Aber so ein kleines Aufeinandertreffen, das schadet dann doch nicht. Das ist schon schön zu sehen, also die Reaktionen dann darauf zu sehen, wenn es gelesen wird. Und sie sind unfassbar artig bei so Lesungen. Ich bin ja, meine Konzentrationsspanne unterbietet ja die eines Eichhörnchens. Also ich bin immer voller Bewunderung für Menschen, die sich Lesungen antun und versuche aber dann auch von mir als Zuschauer auszugehen und das letztlich so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, weil ich weiß, ich würde dort, ich würde elendig veröden, wenn ich mir 40 Minuten lang etwas vorlesen lassen müsste. Aber die Menschen sind da, ja, sind da sehr brav und sehr willig und wahnsinnig konzentriert. Das ist sehr schön zu beobachten. Wie stark gehst du dann in Interaktion mit deinem Publikum? Nein, gar nicht. Also da, Lesung hin oder her, ja, da halte ich es weiterhin wie beim Kabarett und wie Josef II., der gesagt hat, alles für das Volk, nichts durch das Volk. Also ich bin weiterhin kein Anhänger dieser Konzeption von Kunst als ein interaktives Werk, das gemeinsam mit dem Zuschauer erschaffen wird. Nein, der Zuschauer darf es bewundern, darf hochschauen, aber der Zauber, für den bin immer noch ich zuständig. Wir haben ja vor einem halben Jahr dein Hörbuch gemeinsam aufgenommen und du bist es ja gewohnt, auf der Bühne zu stehen und so souveräne Shows zu gestalten. Wie war es allerdings für dich, deinen ersten Roman selbst einzusprechen und dabei auch eine zurückhaltendere, leisere Sprache zu finden? Also was für mich wahrscheinlich das herausforderndste war, war der Grad an Perfektion, den ein Hörbuch verlangt, den ich, ein Anspruch, den ich überhaupt nicht an mich stelle. Also ich bin keine Perfektionistin und ich mag es auch ein bisschen schmutzig bei den Live-Auftritten. Also wenn ein Versprecher drinnen ist oder etwas, was hier nicht ging und wir reden noch gar nicht von Versprechern, ich weiß, du hast mich ja mehrmals Dinge wiederholen lassen, wenn nur ein kleines Bauchgrummeln war. Ja, das war die größte Herausforderung für mich, weil man natürlich, also du hast noch gesagt, iss bevor du kommst, aber ich durfte nicht essen, weil sonst wäre ich müde, wenn ich aber nicht gegessen habe, war das. Also das war schon recht eine spannende Erfahrung und auch sehr heilsam, was das die eigene Stimme hören betrifft, weil das ist auch etwas, was ich überhaupt nicht ertrage und demnach auch mir nicht vorstellen konnte, dass das überhaupt gewollt wird, ein Hörbuch. Ich glaube, ich habe mich am Anfang sogar dagegen gewehrt, dass es sowas geben wird. Es haben mir dann aber viele zugetragen, dass sie das Hörbuch mehr schätzen, unter anderem meine Mutter und vor allem auch Menschen, die das Buch angefangen haben und dann gesagt haben, sie hören ohnehin wie einen Tinnitus immer meine Stimme im Kopf und da sie die nicht abschalten könnten, geben sie sich dem gleich vollkommen hin und hören das Hörbuch, weil sie schaffen es sowieso nicht, sie haben nicht die Kraft, gegen meine Stimme anzukämpfen und dann werfen sie sich gleich die Wurte in den Staub und machen das mit dem Hörbuch und ich hätte nie gedacht, dass das so ein Erfolg wird eigentlich, weil ich schaffe das nicht. Ich bin kein Hörbuchhörer, sowieso auditiv funktioniert das bei mir gar nicht, aber wer meine Bücher sieht, der wird auch sehen, warum, weil ich immer mit Stiften lese und hunderte Notizen an die Seiten mache und alles unterstreiche. Also niemand kann Bücher, die ich gelesen habe, danach noch benutzen, das geht nicht. Und ein Hörbuch, da kann ich die Sätze nicht festhalten, das ist so flüchtig und ich habe keine Kontrolle, aber den Menschen scheint das zu gefallen, sich so auszuliefern dem. Und ja, deswegen war das schön für mich zu sehen, wie sich so zwei Lager gebildet haben, die gerne mit dem Buch operieren quasi und die das Hörbuch bevorzugen. Dann lass uns jetzt auf deinen Roman zu sprechen kommen. Bereits der Einstieg, das ist mir aus der Hörbuchaufnahme noch sehr gegenwärtig, beginnt ja mit einem Paukenschlag. Die Russen kommen in das steirische Dorf und deine Großmutter, damals 13-jährig und pubertierend, kann es kaum erwarten. Und ich finde, dass du die Rivalität dieser pubertierenden Schwestern einzigartig beschreibst und so authentisch, dass man gar nicht diesen Einstieg anzweifeln kann. Und zugleich brichst du natürlich mit Vorurteilen und mit Tabus. Wenn ich dich fragen darf, worum ging es dir, als du dich entschieden hast, in deinen Roman mit dieser Szene einzusteigen? Da muss ich ja sagen, wenngleich ich mich sonst nicht einlasse auf Spekulationen, was ist wahr, was ist erlogen und erlogen im besten Sinne natürlich bei Literatur? Da ist es mir wichtig zu sagen, das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen. Das hätte ich tatsächlich ungehörig gefunden. Das war nicht nur von meiner Großmutter erzählt, sondern auch von anderen älteren Damen in diesem Dorf, die da eine ganz andere Geschichte von dieser russischen Besatzung erzählt haben, die das andere, also die Vergewaltigungen, die passiert sind, nicht in Frage stellen sollen. Aber komplementär dazu diese Frauen, die jetzt mittlerweile auf die 90 zugehen und man merkt aber immer noch diese verkrustete Wunde, diese gekränkte Eitelkeit, dass sie trotz ihrer Schönheit jeglicher Misshandlung entgangen sind. Obgleich sie meinen, sie wären einer solchen auch würdig gewesen. Und das hätte ich nicht erfunden, das wäre seltsam gewesen, aber das haben mir einige berichtet. Und deswegen fand ich das ganz spannend, das darzulegen, weil ich fand auch, dass es gut in eine Zeit passt, wo weibliches Begehren, weibliche Lust wieder eher tabuisiert wird, nur diesmal spannenderweise von Frauen selbst, was ich noch bedauernswerter finde, als wenn es von Männern kommt, aus Gründen der Angst oder sonst irgendetwas. Aber wenn sich Frauen bewusst eher nur zu Opfern degradieren, dann ist mir das wirklich ein Dorn im Auge. Und da dachte ich mir, da ist das eigentlich auch sehr erfrischend. Diese brunftigen, pubertierenden Mädchen in diesem Dorf, die den Russen eine Heidenangst einjagen, mit ihrer ausgehungerten Rolligkeit, weil sie ja auch keine Männer hatten über die Kriegszeit hinweg. Und da dachte ich, das ist eigentlich ganz erfrischend. Wann kam bei dir eigentlich die Idee auf, dass du diese Geschichte deiner Großmutter beschreiben möchtest, erzählen möchtest? Das kam eher von hinten aufgerollt, vom dritten Teil, wo ich viel reise mit meiner Großmutter, etwas, was auch der Wahrheit entspricht, was ich jedes Jahr tue. Und ich habe Reiseberichte geschrieben in die Heimat von diesen Reisen mit meiner Großmutter aus und nur an einen Menschen. Und der hat mir gesagt, dass in ein schlechtes Gewissen zerfrisst, dass er der alleinige Empfänger dieser Anekdoten und Geschichten sei und mich quasi dazu gezwungen, das einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Er meinte, das hätte Bedeutung für die Welt, von dieser Großmutterfigur zu erfahren, die jetzt nicht nur ein individuelles Schicksal und eine Persönlichkeit hat, sondern dass da schon Weltgehalt drinnen ist und vor allem sehr viel Humor, der es wert ist, geteilt zu werden. Und anfangs habe ich mir schwer getan, weil ich das eben als irrsinnig kunstlos erachtet habe, mich da an der Realität zu vergreifen und nichts nur aus meinem Kopf zu gebären, wo ich dachte, das ist unmoralisch und wirklich unsittlich. Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass der Beitrag, den ich dazu leiste, doch ein erheblicher ist, dass ich es dann rechtfertigen konnte, auf der Basis von teilweise schon wahren Geschichten Kunst zu machen, was ich anfangs nicht für möglich hielt. Jetzt hattest du mir auch erzählt, dass du, weil es eben auch ein autobiografisches Thema ist, durchaus Respekt davor hast, auch vor der Meinung deiner Großmutter, wie sie darauf reagiert. Darf ich dich denn fragen, wie hat denn deine Oma mal auf das Erscheinen des Buches reagiert? Ich muss sagen, auch diese Sorge zunächst mal, die hat mich erst ganz, ganz später eilt. Ich glaube, eine Woche vor Erscheinen des Buchs. Über eineinhalb Jahre hinweg habe ich nicht darüber nachgedacht. Und ich war mir sicher, jeder, der darin vorkommt oder sich wiedererkennt oder wird einfach nur die hellste Freude haben. Und eine Woche vor Erscheinen habe ich plötzlich Schweißausbrüche bekommen. Und mir wurde bewusst, dass nicht alle Menschen derart mit einer Fähigkeit zum Humor gesegnet sind. Und womöglich eben erachten sie es als Rufmord, was weiß ich. Zudem ist mir bewusst geworden, dass ich eine sehr interessante Vorgehensweise hatte, die ich so noch nie erlebt habe. Also beim Schreiben, die meisten Menschen bedienen sich ja irgendwo in ihrer Biografie und ändern dann die Namen und Orte. Ich habe es umgekehrt gemacht. Ich habe die wüstesten Dinge erfunden und die echten Namen beibehalten. Und das ist mir erst viel zu spät bewusst geworden. Letztlich war die Reaktion aber eine positive, vor allem so positiv von meiner Großmutter, dass sie nicht gesagt hat, dass es ihr gefällt, sondern dass sie gesagt hat, was spielt das für eine Rolle. Und sie hätte mir wahrscheinlich nie verziehen, wenn sich das Buch nicht gut verkauft hätte. Also ihr Leben zu einem Ladenhüter zu machen, ich glaube, das wäre das Schlimmste gewesen. Aber sie hat das gesagt, was eigentlich vernünftig ist. Sie hat mich dann daran erinnert, Lisa, es ist ein Roman. Was soll ich da gekränkt sein? Natürlich hast du furchtbare Dinge erzählt, die sie mir unterstellen werden, dass die sich so zugetragen hätten. Und mein Name steht da drinnen. Aber sie hat da weitaus mehr Kunst- und Literaturverständnis bewiesen als so mancher Literaturkritiker. Und davor bin ich ja extrem dankbar. Das klingt total wunderschön. Ich habe mir einen Satz notiert. Der beste Deckname ist immer der eigene. Und das ist natürlich ein wunderbarer Kunstgriff, damit umzugehen mit Fiktion und Autobiografie. Wie oft waren diese Familiengeschichten, auf die du dich beziehst bei euch zu Hause, ein Thema? Und ja, genau. Wie oft habt ihr diese Geschichten besprochen, also auch im Familienkreis? Oder hast du es dann erst auf den Reisen mit deiner Großmutter so erfahren? Ich glaube, familiärer Kreis, Kreis überhaupt klingt zu groß, um zu beschreiben, was da war. Also wenn ich mir mit meiner Großmutter die Hände halte, ich glaube, wir sehen noch kein Kreis. Aber viel größer war das nicht. Die Großmutter hat keinen Hang zur Schwafelei. Man darf sich das nicht vorstellen, dass das ein unerschöpfliches Töpfchen wäre, das nie leer wird. Sie war keine große Geschichtenerzählerin. Also ich hatte, glaube ich, als ich angefangen habe, fünf Zitate, mit denen ich vorhatte zu arbeiten und ein, zwei Anekdoten und das war es dann auch. Und den Rest musste man sich, musste man selbst sehen, wie weit man kommt. Und ist aber natürlich in der Fiktion dann, wie man mir dann zugetragen hat, authentischer geworden, als wenn es das gewesen wäre, wenn ich mich auf die viel, auf die Erzählungen der Großmutter berufen hätte. Ja, dann lass uns nochmal einen Blick auf den Verlauf deines Romanes werfen. Nachdem die Russen sozusagen wieder abgezogen sind, entfaltest du anhand von Lebensstationen, aber auch Themen, die Absurditäten und Abgründe des Landlebens. Du beschreibst Typen wie die Dorfdeppen, den Schönling, Männer, die fast zwangsläufig ihre Frauen betrügen und Frauen, die sehr besonnen reagieren und damit durchaus als die Stärkeren erscheinen. Was sind dir denn die wichtigsten Figuren in deinem Roman, in diesem Kosmos? Ah, das kann ich gar nicht sagen. Also das ist, glaube ich, wie wenn man jemanden nach seinem Lieblingskind fragt. Vermutlich weiß man es innen drinnen irgendwie, aber man wird sich hüten, es tatsächlich zuzugeben. Und wenn ich einen Protagonisten überhaupt dieses Werks nennen müsste, dann würde ich immer wieder sagen, es ist die Sprache, weil das hat, das war für mich das größte Glück am Romanschreiben, die einfach von der Leine zu lassen und mich da an Assoziations- und Wortketten irgendwie semantisch eher weiter vorzuarbeiten, als jetzt an einem narrativen roten Faden, wo man schnell merken wird, auf den gebe ich nicht sonderlich viel. Ja, den habe ich auch nachträglich nicht als Alibi eingebaut. Das sind ja im Grunde diese ganzen Figuren, da wird ja nicht vorgegaukelt, dass das jetzt Menschen aus Fleisch und Blut sind, sondern eben der Dorftepp, die Dorfmatratze. Das sind ja schon wie, wenn ich wieder die Jelinek bestellen darf, Textflächen. Das sind sehr schemenhafte Prototypen. Womöglich ist aber auch da das entstanden, was ich vorhin schon anklingen habe lassen, dass sie dadurch viel realistischer wirken, als wenn ich jetzt so versucht hätte, jemanden mit einem wahnsinnig reichen, schillernden Innenleben auszustatten, was ja auch oft eine Schimäre ist, der wir anhängen. Mir sind diese Figuren in ihrer teilweise auch jetzt, ich will nicht an Grobschlechtigkeit, aber in ihrer Schemenhaftigkeit doch sehr ans Herz gewachsen, weil ihnen keiner unterstellt, dass da große Ambivalenzen oder Zwiespältigkeiten in ihnen sind. Nein, sie erfüllen ihre Funktion auch innerhalb dieser Dorfgemeinschaft. Der Dorftepp, das hat er sich vielleicht nicht ausgesucht, der zu sein. Es wird auch nicht nach der Glückseligkeit eines Menschen gefragt, aber sie versuchen alle diese Rolle, auch der Dorftrinker, die bestmöglich auszufüllen. Und wenn du jetzt die Welt des Dorfes nochmal, dir ist ja eine Art Protagonist auch geworden in deinem Buch. Was fasziniert dich besonders an dieser Welt? Ich bin dort aufgewachsen am Dorf. Ich glaube, da kommt man dann auch nicht raus, weil man mich auch gefragt hat, was ist das mit Ihnen und dem Land? Und wo ich schon sage, was ist das mit jedem und dem Land? Also es hat ja jeder den Eindruck, selbst die, und es sind ja nicht viele, die in der Großstadt aufgewachsen sind, irgendwie vom Land zu kommen. Also mit Provinz und Provenienz, das ist nicht die gleiche Herkunft des Wortes, aber es fühlt ja jeder diese freudsche Unheimlichkeit, wenn er an das Land denkt. Ich glaube, das ist nichts Spezifisches, was mich dafür fasziniert, was nicht jeden fasziniert. Sonst würden diese Heimat- und Landromane, Krimis, uns würde das nicht so faszinieren, wenn da nicht irgendeine archetypische Faszination angesprochen werden würde. Das hat mich einfach gereizt, das darzulegen. Wie oft bist du noch auf dem Lande? Selten. Ich glaube, zur Großmutter schaffe ich es zweimal im Jahr, was aber auch noch nicht bedeutet, dass ich am Land bin. Dann bin ich in Großmutters Haus, was wieder ein ganz eigener Kosmos ist. Sie würde mir jetzt nicht mehr erlauben, mit ihr ins Wirtshaus zu gehen, weil sie mich dort mit diesen ganzen Protagonisten teilen müsste. Diese Dorfgemeinschaft, wie sie da beschrieben wird im Roman, das spielt ja in den 50ern. Dieses Personal gibt es auch nicht mehr, wie mir scheint. Deswegen möchte ich gar nicht in dieses Dorf Wirtshaus, weil auch das war irgendwie ein Nachruf, dieser Roman an diese Zeit. Und ich war einmal noch, war ich dort und habe einfach wiedererkannt, dass es das nicht mehr ist. Die alten Herren haben nicht mehr diesen Stammtisch formiert. Der Pfarrer war nicht mehr betrunken nach der Messe beim Frühshoppen. Und da dachte ich mir, nein, ich behalte das lieber in Erinnerung, so wie es nie war. Und lass das nicht von der Realität besudeln. Kommen wir zum anderen Protagonisten der Sprache, die du nennst. Ich habe das Gefühl, dass du so virtuos mit Sprache umgehen kannst, dass einem bald schwindelig wird davon. Und in einem Roman ist es ja auch noch was anderes als in einem Bühnenprogramm und du hältst es auf so viele, viele Seiten hindurch, dieses Tempo, was ich sehr faszinierend finde. Wird dir denn beim Schreiben auch selbst manchmal schwindelig davon oder in welchem Tempo hast du geschrieben? Nein, das darf man sich nicht so rauschhaft vorstellen. Also ein Satz kann mich schon sehr, sehr, sehr lange beschäftigen. Wenngleich ich immer, man muss ein bisschen Ohnmacht und Unbewusstsein vorgaukeln für den künstlerischen Prozess. Und das mag es auch sein. Das bedeutet nicht, dass ich wie eine arme Irre auf die Tastatur einprügle und am Abend mich meiner Fingerkuppen entledigt habe. Das braucht schon alles eine Weile, um jeden Begriff zu drehen und zu wenden und wie eine Zitrusfrucht auszupressen. Und selbst dann ist mir noch nicht alles bewusst, was in diesem Begriff drinnen steckt. Ich bin wahrscheinlich nicht wahnsinnig schnell beim Schreiben, aber ich schreibe durch. Also manchmal überkommt mich der Schlaf. Das empfinde ich auch als wahnsinnig unangenehm, bin aber nicht bereit, auf Drogen zurückzugreifen, um den Schlaf niederzuknüppeln, weil Drogen zu missbrauchen, um zu arbeiten, das finde ich auch ungehörig. So was sollte man tun, um Spaß zu haben? Aber nicht, um produktiver zu arbeiten. Deswegen, ich arbeite dann schon gerne, wenn es passt, 16 Stunden sitze ich vor diesem Werk und habe so zwei Schriftgröße 10 und idealerweise schaffe ich immer meine drei Seiten. Also da muss schon Zucht und Ordnung herrschen. Das ist auch nicht so. Also künstlerischer Prozess hin oder her. Ich habe ein striktes Pensum und das muss erfüllt werden, weil ich bin auch ein großer Verfechter der Arbeit und der harten Arbeit, weil man ja ab und an, manchmal haben heute sogenannte Künstler die Tendenz zu sagen, dass es muss fließen und es muss so unmanieriert wie möglich sein und das ist das meine Nicht. Also ich möchte auch, dass man dem Text die Arbeit ansieht. Das bin ich den Lesern auch schuldig. Also ich verzeihe seinem Autor nicht, wenn ich drei Sätze in einem Roman, ein, zwei Sätze dürfen es sein, aber nicht drei hintereinander, deren Existenzberechtigung sich mir nicht erschließt. Also der Satz nur für sich gesprochen. Ich möchte, dass der ein Werk für sich bildet und nicht einfach nur mir sagt, wo jemand hingegangen ist und dann etwas gegessen hat. Nein, ich möchte, dass jeder Satz, jeder Satz hat zu tanzen und das braucht seine Zeit. Erlaubst du dir bei diesem straffen oder sehr strengen Arbeiten auch selber zu lachen, wenn dir etwas gelungen ist? Also eine Pointe und das sind ja so viele bei dir zu finden. Lachst du dann? Ich muss gestehen, das wirkt immer schrecklich eitel und zum Glück passiert es mir nicht auf der Bühne. Da gibt es wiederum welche, die forcieren das auf der Bühne. Die spielen selbst ihr eigenes Lachen aus der Dose, wie man es von Sitcoms kennt, damit die Menschen das wissen. Mir ist das hochnotpeinlich, wenn mir das passiert auf der Bühne, aber deswegen versuche ich das zu Hause rauszulassen. Wenn ich merke, da ist eine Stelle, die amüsiert mich selbst zu Tode, dann lese ich sie zu Hause zehnmal, damit dieses Lachen erledigt ist und es mir nicht in der Öffentlichkeit passiert und die Menschen merken, wie lustig ich mich teilweise finde. Das ist nämlich vor allem schlimm, wenn es nicht kongruent ist mit der öffentlichen Meinung und sie überhaupt nichts Lustiges daran finden. Aber da halte ich es wie Monty Python, die wirklich gesagt haben, uns muss es amüsieren. Das kann tatsächlich passieren, ja. Aber das ist ja auch was Schönes tatsächlich. Man merkt es ja auch, also ich habe das Gefühl, dass ich dein Lachen auch beim Lesen höre, also beim Lachen, wenn ich lese. Ja, das ist schön. Du hast vorhin Elfriede Jellinek erwähnt, darüber hatten wir auch schon während der Hörbuchaufnahme gesprochen, dass manchmal deine Wortspiele und Kompositionen und auch der Rhythmus halt an Texte von Jellinek erinnern. Du erwähnst auch immer mal, wenn ich mich recht entsinne, Thomas Bernhard. Gibt es so Autorinnen und Autoren, die dich beeinflussen? Da muss ich gleich sagen, ich glaube, ich habe Thomas Bernhard nie von mir aus erwähnt, weil ich habe ihn nicht gelesen. Das ist, ich finde, ich wollte sogar schon mal einen Roman, also hat sie jetzt angedacht als Romanprojekt irgendwas zu Thomas Bernhard, weil als Österreicher eigentlich Thomas Bernhard nicht gelesen zu haben, da dachte ich mir, da muss man doch was daraus machen. Also das ist so was Seltenes, so ein Unikum. Und ich habe es aber bewusst gemacht, weil es wimmelt in Österreich vor Thomas Bernhard Experten. Und ich habe es eine Zeit lang als extrem subversiv erachtet, das offen zuzugeben, es nicht gelesen zu haben. Und ich war auch immer einfach da eher ein Jellinek-Jünger, was ich amüsanter fand. Also ich habe es, natürlich liest man den Bernhard an und das ist natürlich auch ein Kniff von ihm, den Leser auch zu quälen. Und so, ich bin nicht intellektuell masochistisch. Also das war mir dann so viel, da brauche ich eher die Jellinek, die mich dann ab und an wieder erlöst und mir ein Zuckerstück in Form einer Pointe zuwirft. Was die Vorbilder sonst betrifft, das ist schwer auszumachen. Man kann das nicht von sich abschälen, auch im Negativen, was man gelesen hat. Man ist wie ein Schwamm, ohne das zu wollen. Und ich kann nicht mehr sagen, aus welchen Gliedmaßen letztlich der Bastard, der literarische Bastard, der ich bin, da zusammengestückelt wurde. Jeder ist dann als Autor so ein Monstrum letztlich und man sieht ab und an die Nähte und kann sich vorstellen, aha, da ist es die Jellinek, aha, da ist es Go-Goal. Aber das ist nicht mehr nachzuvollziehen eigentlich, wie sich das dann ergeben hat. Aber gibt es Autoren, die du besonders gerne liest selber, also ohne, dass man jetzt unterstellen müsste? Mittlerweile gar nicht mehr. Also das ist keine Koketterie, wenn ich sage, ich lese keine Belletristik mehr. Das war auch tatsächlich immer eine Qual für mich. Aber ich wusste eben, ich muss es tun, ich muss mich da durchquälen, weil sonst habe ich kein Recht darauf zu schreiben und habe mich da bemüht, in drei, vier Jahren in Paris während des Studiums, wo ich beinahe keine sozialen Kontakte hatte, einfach den wichtigsten Kanon aufzuarbeiten und zu sagen, dann ist das erledigt und Siegel drauf. Und für mich wäre das eine Form von Multitasking, der ich nicht fähig bin zu lesen und zu schreiben. Und ich meine auch, und das ist nicht hierarchisch geordnet, das nicht hierarchisch gemeint, dass sich die Welt in Leser und Schreiber aufteilt. Natürlich idealerweise sehr, sehr viele Leser und sehr, sehr wenig Schreiber. Aber da hat sich dann schnell rauskristallisiert für mich, Bücher sind da, um geschrieben zu werden und nicht um gelesen zu werden. Und da es bei mir sowieso immer nur zwei extreme Reaktionen auf Belletristik gibt, nämlich entweder Verachtung und dann habe ich Angst, dass mich das qualitativ beschmutzt, wenn ich schlechte Literatur lese. Oder es ist gut und dann zerfrisst mich der Neid. Und das auf eine sehr, sehr lähmende Art und Weise, dass ich mir eine Woche nicht verzeihen kann, dieses Buch nicht selbst geschrieben zu haben. Und beides ist kontraproduktiv, weshalb ich die Finger davon lasse. Lässt du auch die Finger vom Theater? Ich habe beim Lesen auch oft Passagen als sehr Bühnen, also als Bühnentexte, fast Bühnentexte empfunden. Wie ist dein Verhältnis zum Theater? Non-existent, würde ich sagen. Also Dramen kann ich erst recht nicht lesen, weil da ja dann wieder wirklich Figuren auftreten. Und ein weiterer Grund, warum ich keine Belletristik lese, ist, dass mir ist diese Fähigkeit nicht gegeben, mich in diese Figuren hineinzuversetzen. Ich habe in meiner Jugend wirklich bedauert und ich habe die anderen beneidet, dass sie das können, vor allem bei Theaterstücken, die da mitleben können, denen das Schicksal der Figuren am Herzen lag. Und mir war es der halt egal. Ich dachte mir, meine Güte, wenn ich leben will, dann gehe ich raus, aber ich lese keine Bücher, was soll das? Ich konnte das nicht nachvollziehen, wie sich die Menschen so in diese Geschichten saugen haben lassen. Und das beim Theater natürlich noch schlimmer. Diese Dialoge, wo kaum Sprache bei den seltensten Sprachen im Werk ist, sondern wirklich Zwischenmenschlichkeit. Und das ist für nicht Kunst. Das ist nicht mein Verständnis von Kunst, da einen authentischen Dialog zu fabrizieren. Es gibt natürlich auch Dialoge im Buch und wie Sie sagen, das wurde mir auch zugetragen, das hätte ich mir nicht selbst angeheftet, aber dass es tatsächlich recht szenisch ist und es Menschen, die das verfilmen wollen, als hätte ich es ihnen versucht, recht leicht zu machen. Das wäre ja auch schön, wenn dem so wäre. Wahrscheinlich bin ich aber auch eine Pustel meiner Zeit, die in sehr schnellen Schnitten denkt und sieht, die es nicht mehr erträgt, jetzt einen klassischen französischen Film zu sehen, wo man unentwegt das Bedürfnis hat, auf zehnfache Geschwindigkeit zu drücken, um einen halbwegs normalen Film anzusehen. Und wahrscheinlich ist das Buch auch ein Kind dieser, schon dieser anerzogenen Wahrnehmung, die schnelle Schnitte braucht, die sich nicht lange mit Landschaftsbeschreibungen aufhalten kann, die dazu einfach nicht imstande ist. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich dich noch zum Theater trotzdem weiter befrage, weil ich gerade gedacht habe, dass ich fast weniger die Dialoge meinte, sondern eher auch sehr schnelle Textflächen, in denen du sozusagen eine Pointe nach der anderen, also das ist dann der Bezug zum Kabarett schon fast, aber ich sehe es eher auch auf der Bühne. Aber ich würde jetzt einen anderen Schwenk machen, sondern eher einfach auf die Zeit mal schauen und zu deinem Verständnis und zu deinem Umgang mit Humor dich nochmal befragen wollen, weil das haben wir bisher total ausgespart. Du arbeitest ja ständig mit Ironie, mit Sarkasmus, mit Übertreibung und ich denke jetzt gerade auch an Szenen im Roman, die eine große Situationskomik haben. Also wenn dann die Oma in den 90ern die Busreisen nach Ungarn organisiert. Was ist sozusagen, was bedeutet dir Humor? Woher hast du selber diesen Bezug zum Humor? Das habe ich zwar eh schon mal erwähnt, aber das war mir sehr wichtig. Also es war mir immer wichtig, ein Buch zu schreiben, das die Menschen zum Lachen bringt und gleichzeitig eben ein Buch zu schreiben, das nicht im Regal Humor verkauft wird. Und das ist mir eben sehr wichtig, trotzdem diese Trennung, weil der Humor soll jetzt nicht der Protagonist sein. Was schön ist im Vergleich zum Kabarett, vor allem dadurch, da ich im Roman nicht gezwungen war, den Menschen zu amüsieren oder sie zum Lachen zu bringen, ist es streckenweise viel besser gelungen als im Kabarett. Teilweise ist es lustiger als auf der Bühne, weil dieses Diktat der Pointe weg war. Es musste nicht komisch sein und natürlich führt das zu einer Nonchalance, die das erst recht befördert. Es war mir insofern auch wichtig, weil gerade solche Nachkriegsgeschichten, gerade die Großmuttererzählungen, die triefen meist vor Schwermut, vor auch im Negativen dann schon gesteigert bis zu einer Weinerlichkeit. Und genau das wollte ich konterkarieren. Ich wollte das auch nicht in Abrede stellen, das gab es und das ist gut, aber vielleicht jetzt mit einer sehr heiteren Erzählung dieser Gattung sozusagen ein Siegel aufzusetzen und das abzuschließen. Und mir war diese Heiterkeit gerade bei schweren Themen sehr wichtig und nicht, weil es das nicht ernst nimmt. Also das finde ich ist dann immer ein schwerwiegender Vorwurf, der auf einem großen Irrtum beruht, dass man irgendetwas nicht ernst nehmen würde, wenn man es humoristisch behandelt. Aber der Humor bedingt ja den Ernst. Ich kann über nichts lachen, was nicht irgendwo eine Kränkung, eine Wunde darstellt. Das amüsiert mich dann auch nicht, wenn ich es nicht ernst nehme. Und deswegen ist das eigentlich der einzig mögliche Umgang mit dem Humor, den ich mir denken kann für Themen, die Relevanz haben. Also wer das Problem der Sterblichkeit oder wirklich dieses ganze Elend, wer das noch mit einem lamoyanten Ton vorträgt, der begreift den Ernst der Lage nicht. Also das Lachen setzt ja ein, wenn das Weinen gar nicht mehr ausreicht. Wenn es so furchtbar ist, dass es sich in dieses Irre Lachen verkehrt. Und dieses Irre Lachen kommt auch öfter vor im Roman. Und wenn das vorkommt, weiß man, jetzt wird es wirklich düster. Das ist kein erleichterndes Lachen, sondern das ist eins, wenn alles schnallt. Also wenn jegliche Bande reißen, dann setzt dieses Lachen ein, wo man zwar mitlacht, vielleicht aus Beklärung, aus Angst, man weiß es nicht, aber eigentlich wird es da dann meist gruselig. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, inwieweit der Humor und die, wie hast du gerade gesagt, die Verletzung auch zusammenhängen oder wenn es um relevante Themen geht, dass dann sozusagen der Humor eine große Rolle spielen muss, um auch den Ernst der Lage zu betonen. Und ich dachte jetzt gerade auch an deinen Prolog und die kulinarische Kriegsführung von Großmüttern und Müttern. Und das war so eine Stelle, die mir sehr zu Herzen ging, weil du einerseits sehr stark die Großmütter auch in Bedrängnis bringst mit ihrem Übermaß an Liebe und Mutterliebe zwischen Narzissmus und Fundamentalismus, zwischen Verwöhnung und Übergriffigkeit. Und ich habe auch so gedacht, es ist schon einerseits sehr, sehr lustig, aber auch sehr hart. Und auf der anderen Seite lese ich dahinter auch eine große Zärtlichkeit. Und ich würde dich gerne fragen, wenn du den Müttern und Großmüttern dieser Welt noch einen Rat geben könntest, wie sie ihre Liebe anderweitig kanalisieren können als Überverwöhnung oder Befütterung. Nein, sie sollen überhaupt nichts ändern. Das ist ja großartig. Also erstens können sie sich nicht helfen, weil ich ja auch, da berufe ich mich ja auch auf das, was Freud oder Otto Weininger geschrieben hat, dass die Mutterliebe so unethisch sei, weil sie das Individuum gar nicht wahrnimmt. Also sie liebt das Kind ja nicht wegen seiner Persönlichkeit, sondern trotz seiner Persönlichkeit. Und dann bei der Großmutter habe ich versucht, das noch zu übersteigern. Sie liebt das Enkelkind weder trotz noch wegen Punkt. Sie liebt das Enkelkind. Da gibt es überhaupt keine Debatte, was auch tatsächlich so hart das klingt, aber auch etwas ist, was ich als Enkel immer so empfunden habe. Ich könnte ein Schwerstverbrecher sein. Es wäre alles vollkommen egal, was ich ihr auch gesagt habe, weil sie von seinem Stolz spricht, die Großmutter oft. Vor allem, wenn ich in der Zeitung bin, wo ich sage, ja, ich bin auch in der Zeitung, wenn ich zehn Menschen absteche. Ja, du musst schon ein bisschen differenzieren, aber das ist Großmüttern alles egal. Und natürlich hat das ein unethisches Moment in sich. Aber das ist doch herrlich, dieses Schillernde. Wie sollen sie sich helfen? Also ich glaube, wenn man versucht, so etwas beizukommen, wird etwas noch viel Grausameres dabei rauskommen. Davon rate ich Ihnen tunlichst ab. Und zum Zweiten meine ich nicht auch etwas, was die Menschen heute oft verfechten, was aber Humbug ist, dass man all das sowieso ausmerzen könnte. Diese Grausamkeiten, diese zwischenmenschlichen Verletzungen, die man sich dadurch zufügt. Oft, wenn es gut gemeint ist, also auf wenig trifft dieses gut gemeint, diese verhängnisvollen Effekte so sehr zu wie auf die Großmutter. Aber das wird sich nicht ausradieren lassen. Und das wäre auch schade. Was hätte ich sonst beschrieben? Und es ist doch wunderbar, dass das so ein Archetyp ist, wo sich jeder wiedererkannt hat. Jeder als Enkel und auch meine Großmutter. Und natürlich war auch sie ein bisschen geschockt und hat mich gefragt, ist dem wirklich so? Und sie sprach nicht von sich allein, sondern sie wusste, sie ist ein Ausdruck dieser Gattung. Und sie hat es noch nie so gesehen. Und kurz war sie wirklich bestürzt, was sie da tut. Was sie und diese anderen Frauen, mit denen sie sich oft zum Stammtisch, auch alles Großmütter, was tun sie da eigentlich? Und sie war bestürzt. Aber ich habe in ihren Augen zum Glück nie, auch nur für eine Sekunde, die Reflexion gesehen, daran irgendwas zu ändern. Also sie hat das so wahrgenommen und hat gesagt, ja, org. Und jetzt weiter so. Und auch da bin ich froh. Es soll kein Aufruf sein, irgendjemanden das auszutreiben. Nein, ich meine auch nicht, dass Erkenntnis ein Schritt zur Besserung ist. Also es braucht sich auch niemand fürchten, keine Großmutter, dass wenn sie das liest und ihr das bewusst wird, dass sich dadurch automatisch was ändern wird. Erkenntnis ist immer, wie ich meine, der erste Schritt in die Heuchelei. Also ab da macht man es erst recht, nur lügt sich was vor. Und das ist ja auch schön so. Also viele Enkel sollen auch in den Genuss dieses vielleicht dann auch sehr kreativ ausatmenden Traumas gelangen. Das möchte ich keinem nehmen. Wie oft hast du diesen Satz gehört? Kindchen, schmeckt es dir etwa nicht? Im letzten Jahr? Sicher. Bei jeder Mahlzeit. Bei jeder Mahlzeit. Aber das ist ja nur ein Schwert, das sie zückt. Sie hat ja ein Waffenarsenal, das man nicht überblicken kann. Und da ist eine Demagogie und da sind Manipulationstechniken am Werk, wo ich mir denke, wo ich mir fast wünschen würde, manche Politiker würden bei Großmüttern in die Lehre gehen, weil sie das heute nicht mehr beherrschen. Also Großmütter vermögen es, auf der Klaviatur der Seele ihrer Enkel zu spielen. Davon würden Propagandaminister träumen. Dass man am Ende immer dasteht und sich nur ganz, jetzt hat man diesen ekelhaften Begriff des Nudging, so ein kleines Anstupsen, um die Gesellschaft in eine gewisse Richtung zu lenken. Aber keiner beherrscht das wie die Großmütter, dass man immer am Ende dasteht mit einem Berg von Schuld und schlechtem Gewissen. Und sie werden es absolut selbst induziert haben, aber man wird immer glauben, man war es selbst. Und das ist faszinierend. Das ist ein Handwerk, das ihnen niemand beigebracht hat in einem Buch, weshalb sie sich so hart erarbeitet, wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und da steht man eigentlich nur staunend davor und bewundert auch irgendwo. Ja, und das ist ja auch, das spricht ja eine große Liebe aus diesen Beschreibungen. Und ich musste sehr, sehr lachen, als ich den Satz gelesen habe, dass du gerne dem Leser eine Schöpfkelle Soße zwischen die Seiten geschmiert hättest bei all diesen kulinarischen Verwöhnungen. Hättest du es gerne gemacht, wenn die Verleger es zugelassen hätten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hätte sich sehr schnell, das hätte sich nicht lang gehalten und dann hätten sie die Kochkünste der Großmutter ein bisschen in Zweifel gezogen. Und das hätte ich doch nicht gewollt. Was ich aber noch sagen wollte, ich fand, zu dieser Großmutterliebe, weswegen mir das auch ein Anliegen war, dass jetzt, was heißt Anliegen im Nachhinein, dachte ich mir, das trifft sich ganz gut, weil es einer Form von Tyrannei entspricht. Die sehr gut in die heutige Zeit passt. Die Großmutter ist jemand, der einem, das steht ja auch im Buch, blutende Wunden auf die Haut streichelt. Und mir scheint, dass es etwas wie das heute auch funktioniert, mit den flachen Hierarchien. Und wir haben keine Despoten mehr, die uns jetzt ganz offenkundig knechten. Eigentlich versucht sich die Welt heute schon in einer Imitation der Großmutter. Also einen eigentlich alles zu befehlen und zu diktieren, aber am Ende sollte derjenige doch den Eindruck haben, nein, das wollte man so. Und das ist natürlich, das ist viel zwingender als ein Befehl. Die Großmutter wird nie befehlen, aber durch diese scheinbare Offenhaltung eines freien Willens. Also sie, meine Großmutter hätte mich nie gezwungen, sie zu besuchen, sondern immer mit diesem Kindchen, du wirst schon wissen, was du tust. Und das ist sehr typisch für die heutige Zeit. Das ist auch ein großes, du wirst schon wissen, was du tust. Und wir alle wissen, wie man darauf reagiert. Man steigt sofort in den nächsten Zug, weil man eben das nicht erträgt eigentlich. Und hat dadurch aber auch keine Chance, dagegen anzugehen, darauf zu verzichten. Und leider schafft es aber niemand, also keine Gesellschaft schafft es zu dieser Meisterschaft der Großmutter. Und auch der Meisterschaft der Manipulation letztlich. Ich habe noch eine Frage an dich und zwar, wenn du, du hast jetzt so viele Interviews schon gegeben und wurdest so vieles gefragt, aber wenn du jetzt selber ein Interview mit dir führen würdest, mit einer Frage, die dir noch nicht gestellt worden ist, fällt dir etwas ein, was du dich gerne fragen würdest? Nein. Nein, tatsächlich nicht. Aber ich bin furchtbar gelangweilt von mir selbst und das nicht nur durch die vielen Interviews, sondern ich finde Introspektion und jegliche Art von Selbstbefragung, zu der wir ja ununterbrochen angehalten sind, hochgradig, langweilig und unproduktiv. Und man stößt nur auf Dinge, die einem sowieso nicht zusagen. Also es zieht einen ja zu einer extremen Unzufriedenheit mit sich selbst. Dieses Vermessen der eigenen Befindlichkeiten, manche treiben es sogar bis zu den Körperwerten. Und nein, nein, ich führe keine Selbstgespräche in irgendeiner Form mit mir. Ich bin wahnsinnig froh, wenn ich mich mal nicht mit mir auseinandersetzen muss. Und das erlaubt einem das Romanschreiben. Da bin ich auf eine so befreiende Art von mir selbst entfremdet. Also ich erachte, dass es einen wunderbaren Zustand. Ich frage mich selbst gar nichts eigentlich. Das ist ja auch, man läuft ja dann nur Gefahr, auch etwas auszubrüten, was überhaupt keine Welthaltigkeit hat. Also ich würde jedem stark empfehlen, sich nicht so sehr mit sich selbst zu beschäftigen. Also jetzt gedanklich wahrscheinlich, man denkt dann natürlich sofort an die Onanie. Das würde ich Ihnen wieder raten. Ich glaube, dann wären viele entspannter. Aber statt Hand an sich zu legen, legen Sie sich selbst auf die Couch und legen irgendwie die psychoanalytischen Zangen an an sich. Und das sollen Sie mal unterlassen. Also es hat sowieso keinen Sinn. Man ist selbst so ein unzuverlässiger Fragesteller und unzuverlässiger Antwortengeber. Da wird doppelt und dreifach gelogen, was sich aber nicht aufhebt und man dadurch zu einer inneren Wahrheit kommt. Also in diesem Sinne Finger weg von sich selbst. Selbstentwirklichung, Entfremdung, das ist der Weg zu etwas, wenngleich ich auch davon kein Freund bin, etwas annähernd wie Glückseligkeit, glaube ich. Du hast vorhin schon angedeutet, dass etwas Neues in Arbeit ist, wo du sozusagen nicht diese Frage zu dir selbst so stark stellen musst. Darf ich dich fragen, was hast du in Zukunft vor? Was für ein Roman ist in Arbeit? Ja, mit dem habe ich tatsächlich schon begonnen und das ist wie schon beim Ersten die reinste Beglückung. Es wird aber jetzt, jetzt wird es wirklich Weltliteratur. Ich dachte mir, ich steige klein ein. Ja, also das ist jetzt, dass das jetzt nicht Weltliteratur ist. Das will ich auch nicht so gesagt haben. Ich meine nur, weil viel Dialekt vorkommt und mir schon deutsche Leser gesagt haben, es sei nicht sehr preußenfreundlich, was natürlich auch eine Koketterie ihrerseits ist. Es ist sehr wohl möglich und nur weil da Sätze im Österreichischen stehen, das heißt ja gar nicht, dass die Umstehenden das in dem Moment verstanden haben. Also ich rede auch oft mit Österreichern und weiß nicht, was sie meinen. Ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht um die Emotion, die da damit getragen wird. Aber jetzt kommt doch ein Roman, wo ich es den Übersetzer ein bisschen leichter mache. Er spielt in Paris, wo ich ja vier Jahre lang war und ist jetzt ein ziemliches Gegenprogramm, dass es sich in der Stadt abspielt und man wird mir, wenn ich das vorwegnehmen darf, wahrscheinlich lobend zugutehalten, dass ich mich konzentriert hätte bei diesem Roman im Vergleich zum vorherigen, was natürlich nicht geht, wenn man eine von 45, vom Jahre 45 bis zur Jetztzeit schreibt. Das wirkt immer wahrscheinlich ein bisschen unkonzentriert und meandernd. Jetzt ist es eine relativ kurze Stelle. Ich selbst kann es schwer beurteilen. Ich weiß nur, mein Mann, der ja dabei ist immer beim Prozess. Er hat gesagt, was das betrifft, Wellbeck dürfte sich hängern, wenn er bemerkt, dass er das nicht geschrieben hat. Was ich wunderschön fände, schon mal als Urteil. Ja, ich glaube, man darf sich freuen. Also ich freue mich auf jeden Fall am Prozess. Und wenn sich das nur ein Prozent so vermittelt, meine Freude daran, dann können Sie den Nobelpreis schon polieren. Was für ein Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch. Herzlich gerne. Dankeschön. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübber Audio Podcast.